Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Dieses Mal mit den Rufaufgaben bei Stein vom Donnerstag. Hallo Manuela, die Kühe müssen gemolken werden. Kannst du das übernehmen? Super, hier ist der Eimer. Auf dich kann man sich verlassen. Hallo Manuela, könntest du mir heute dabei helfen, die Pferde zu füttern? Super, ich habe heute so viel zu tun, dass ich das alleine nicht schaffen würde. Hier ist das Heu, wie die Pferde lieben es. Das Heu, wie die Pferde lieben es. Um den Ruf zu verbessern, müsst ihr auch daran denken, das Rennen täglich zu machen und den Stall auszumisten, weil das gibt ja auch Ruf beim Jorvik-Stall. Und beim Einsiedler ist es ja so, dass man da auch die Rennen, wenn man die Rennen macht, kriegt man da auch ziemlich viele Rufpunkte. Also vergesst das nicht. Ich nehme das nie auf, weil die Rennen und so, das kriegt man ja auf jeden Fall ganz gut hin. Ich nehme halt nur diese Aufgaben hier auf, falls hier jemand mal nicht weiß, wie das geht, damit ich demjenigen damit weiterhelfen kann. Aber Stall ausmisten und die Rennreiten, da muss eigentlich jeder wissen, wie das geht. Danke, du bist wirklich eine große Hilfe. Haben die Pferde zufrieden gewirkt? Gut. Und damit wäre die Folge auch schon wieder vorbei. Ich hoffe sehr, dass das Video euch gefallen hat und sage dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.